wir wünschen euch einen frohen dritten advent hallo liebe wanderfreunde es freut uns wieder dass ihr eingeschaltet habt sarah und ich sind heute auf dem premium wanderweg weiselberg gipfeltour unterwegs diese wanderung hat etwa 16 kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese tagestour heute so ist dann bleibt dran ein gemäuer wir sind heute im sankt pender land unterwegs gemäuer und Das war's für heute. 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 Das war's für heute.